Wir stehen jetzt hier am Einstieg dieser beiden Steige hier, die uns der Eumel auch empfohlen hat. Ich mache mal eben hier die Linse. Die ist so trüb. Ich glaube, die ist innen beschlagen. Ich muss sie gleich noch einmal entlüften hier, die Linse. Aber wir rumpeln jetzt hier einmal durch eben. Und dann ist jetzt, ist ja 17 Uhr. Das hat ja alles ein bisschen länger gedauert, als wir uns vorgestellt haben. Wahrscheinlich haben wir danach 8 Uhr. Und der Chosse da, der wird uns hier wahrscheinlich ja dann noch hier, Chordi heißt er in Wirklichkeit hier, der wird uns noch ein Fünf-Gänge-Menü zaubern. Wahrscheinlich, man weiß es nicht genau. Sie sind hier aus andorreanischen Bergziegen und garniert mit Enzian-Ziegen sozusagen. Sehr geil. Ich bin sehr gespannt auf heute Abend. Dank der Powerbank haben wir jetzt hier noch etwas GPS. Die Ausschildungen lässt uns ein bisschen zu wünschen übrig. Aber okay, wir sind noch auf dem Hauptweg. Und wenn da vorne gleich ein Hinweis kommt, dann ist das schon noch okay. Da vorne muss ich dann eigentlich nur aufs Feldchen reingehen, gell? Ein Rundkurs. Peter, steige in den Alpen via Verrater.de. Jetzt nicht nur in den Alpen. Er bereitet sich immer weiter aus. Make the Via Verrater World great again. Geil, hier haben wir so eine Seilgeschichte. Er nennt sich der Aventura Park, gell? Haben hier alles mit irgendwie kombiniert. Klettersteig und Baumklettern hier. Die 3-2-3-Geschichte. Und hier eine richtig coole Rutsche. Kannst du jetzt nicht reinschmeißen. Und hier natürlich ziemlich krank, dieses Gummikissen da, damit du von dem Baum aus da rüberrutschen kannst. Und voll in die Wand einschlagen kannst. Sehr, sehr genial. Das ist ein schöner, leichter Steig. Hier geht es jetzt gemäßlich die geneigte Wand hoch. Wird mal so 70 Grad Steigung ungefähr. Ja, alles mega krass wie eine Alpspitze. Mit Bügeln und Kinnen und so weiter abgesichert. Da lassen sie sich nicht lumpen, hier. Hinter ihm kann man sehr schön diesen Baumkletterpark sehen. Da sind die Seile hin und her gespannt. Links, rechts, kreuz und quer. Und hier gehen die Verlates hoch. Das sind die Highlights dieses Tals. Sehr schön. Das ist ja nur Leitern. Gestern nur Brücken und jetzt nur Leitern. Vorhin der Regen steigt ja auch nur Leitern. Hier das grüne Tal. Noch leicht in Wolken. Und hier geht es jetzt zum nächsten Aufstieg weiter. Das ist so, wenn es hier so feucht ist, wird es die einfachsten Stellen und schwitzt die Socke hier. Das ist der zweite Einstieg hier quasi. Zweite Etappe. Mal sehen, was da oben kommt. Jetzt hier so eine kleine Zwischenquerung hier. Da geht es jetzt hoch mit einer Kette. Und hier sind wir gerade rauf gekommen. Sehr schön. Top gesichert alles hier. Schöner kleiner Übungssteig. Das ist aber einfacher wie der erste. Viel einfacher, ja. Hier geht es jetzt rum. Der Ausstieg aus der kleinen Querung hier. Jetzt hier hoch. Hier sieht man ganz doll einen fast senkrechten Aufschwung mit Bügeln. Super versichert alles. Also überhaupt kein Thema. Da oben lehnt sich der Berg tatsächlich schon so ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob wir da schon oben sind. Mal gucken. Da sind es ja die Sportiva-Schuhe. Ja, da sieht man sie ganz genau. Und der Eumel da hoch. Ich rumpel da hoch. Rumpel. Das ist auch ein neuer Begriff. Den habe ich vorher noch nicht so verwendet. Wir rumpeln da hoch. Eine Querung wieder. Kleiner Quergang. Hier ist der Wald. Das Dorf. Was kommt denn hier jetzt? Da hinten denk ich mal müssen wir auch noch rauf. Wie ich gesagt habe, da oben ist so ein einsamer Zippel. Nein, ich weiß nicht mehr. Der sieht auch sehr markant aus da. Das ist ein schöner Steig. Den kann man auch mit beliebigen Leuten irgendwie machen. Die ist nicht ganz so extreme lieben wie der Ralf. Kannste theoretisch, könnte ich da auch hier meine Kumpels aus dem Ruhrpott hochschleifen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist ein schöner Steig. Ja, absolut. Die kleine Kette zum hochziehen. Ja. Ja. Und da geht es jetzt ganz genial rauf. Wunderschön. Genau zu dem Zippel. Hammer. Richtig prognostiziert am Anfang. Ich denke da sind wir oben. Hier geht es nochmal her. Hier immer diese Schräge hoch. Immer hier so auf so recht griffigen, trittigen Felsen hier. Guter Grip. Das war einmal. Also ich vermute jetzt mal, dass es da jetzt nur 15 Meter noch runter geht und dann sind wir im Wald und dann geht so ein Waldhardscher runter. Könnte ich mir vorstellen. War das hier rum? Ist da noch eine Kette? Nein. Da kommt nichts mehr? Nein. Hier ist der höchste Punkt. Aha. Du hast ja GPS. Weißt du, wo hier die Wege lang gehen? Dann könnten wir mal gucken. Nein, da hatte ich leider nur die Startkoordinaten. Ach so. Und die lagen ja gleich direkt nebeneinander. Also war mehr die gleiche Startkoordinate. Also da ja. Na gut. Wir sehen das. Ich meine, wir wissen ja, wo der andere ist. Wenn wir jetzt einfach so runterlaufen im Wald, dann sind wir einfach am richtigen Weg. Dann kommen wir da einfach sowieso automatisch hin. War das nicht auf einem der Bilder hier? Der höchste Punkt, ja? Ja, ich meine irgendwas. Ich meine, das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor, das Ding. Schon möglich. Unterrumpeln, ey. Hat nen Begriff. Vielleicht kannst du hier mit so einem ganz einmotorigen Propeller-Dingen kannst du hier vielleicht irgendwo landen. Das war jetzt so ein Mini-Wald- und Wiesen-Flughafen oder sowas. Aber so, wenn man sich das anguckt, landschaftlich. Wunderschön, ja. Schöne Gegend. Also Andorra. Ich hab da gar kein Bild davon. Ich denkst dir mal Spanien, so die typische vertrocknete Steppe. Ja. Aber hier ist richtig schön grün alles. Ralf prüft jetzt, ob das der Steig ist, so wie er lang ist. Das sieht natürlich alles sehr ähnlich aus, muss man sagen. Oder ob das ein Teil von dem Alternativsteig ist, der hier irgendwie unten lang führt. Aber hier gibt es halt ein riesen Geflecht aus Waldwegen. Ja, das geht jetzt nicht gleich rüber dann. Wir waren hier bisher nicht. Guck mal, ob du da dann runter steigen kannst. Da ist es jetzt. Das ist der obere Teil des anderen, unteren Segments. Eine Alternative. Da unten sieht man auch schon so ein bisschen diesen Baum. Mit diesem Klettergeramsel dran. Ganz genau. Da geht's jetzt runter. Aber viel kam die Sonne jetzt echt noch nicht raus. Also das wird jetzt nicht das Drama sein. Das sollte doch funktionieren. Wir sind wieder hier. Es ist doch nicht ganz so, wie wir uns das gedacht haben. Hier ist erstmal das Einschlagskissen. Aber tatsächlich geht's hier hoch. Also da war irgendwo noch eine Variante, die wir nicht gesehen haben. Ja, sag mal. Das sieht mir auch noch an einem Seil aus, ja. Aber da war jetzt kein Schild irgendwie, von wegen Klettersteig. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen haben wir von dieser Wand alles gesehen. Alles weggehauen, ne? Ja, definitiv. Aber das ist hier so ein Idyll hier, ne? Hammer. Und da kann man rüberrauschen. Und dann hier mit der Seilrolle rüberrauschen. Auf 70 kmh beschleunigen. Und hier voll in das Kissen reinwämsen. Und Sofa mit dem Klettersteig hat man euch alle sagen, oder? Ne. Ralf hat es sich gemütlich gemacht. Wunderbar. Da sind wir wieder zurück in unserem Idyll hier. Die Sonne mal so ein bisschen abschirmen. Das andorianische Klamm-Idyll hier. Ja, aber es ist ja noch ein Rijsteiger gewonnen. Ja.